Servus zusammen. Heute möchte ich euch mal wieder einen schönen Tanz zeigen. Und zwar heißt der Tanz Better Days. Die Cholibraphie ist von Mario Retti-Ollensteiner. Der Tanz hat 32 Counts, 2 Wände, keine Brücken, kein Restart, also very easy. Das Lied dazu ist genauso schön als auch Better Days von Kirstie Lee Akers. Okay, den zeigen wir jetzt mal. Den Arm über den Rechten Fuß, die ran, die fliegt, links, ran, links, vor, skaff. 7, 8, die ran, die fliegt, links, ran, vor, skaff. Mit rechts. Okay, nochmal. Noch mal. 7, 8, die ran, die fliegt, links, ran, vor, skaff. Rechte Puls, die jetzt frei. Einmal mit 10. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Rechte Puls nach, gehen wir in den rechten Fuß weiter. Rechte Puls nach links. Chase Box mit Cross Anschluss. Links nach rechts. Schauen wir mal nach vorn. Dann machen wir eine zurück mit rechts. Viertel Drehung, links herunter. Steppen mit rechts und skaff mit links. 7, 8, Cross, Back, Side, Cross, Fertil, Trill, Step, Skaff. Hey, nochmal. Noch nicht, half. Cross, Back, Side, Cross, Step, Box. 7, 8, Cross, Back, Side, Cross, Side, Fertil, Step, Skaff. Rechte Puls nach links. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles zusammen. 7, 8, Heel, Heel, Flick, links, ran, vor, skaff. Start des Drugs, mit Cross, Viertel Drehung, Step, Skaff. Ok, ein Speletans haben wir schon. Nach dem Skaff mit links, geht es weiter. Side, Behind, Side mit links. Dann machen wir den Hook, eine Viertel Drehung rechtsherum. Dann geht es mit rechts weiter, Side, Behind, Side rechtsherum, und Kaff mit links. Hört sich ein bisschen tricky an, aber ist ein bisschen zum Kaff. Okay, nach dem Kaff mit links geht es weiter mit einem Side, Behind, Side, Hup, Förderdrehung. Side, Behind, Side, Staff. Okay, nochmal. Nach dem Kaff mit links geht es in Richtung 9 Uhr. Mit links geht es rein, nach dem Kaff. 7, 8, Side, Behind, Side, Fung, Viertel, Side, Behind, Side, Staff. Einfach mit hin. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist der Liebigfuß am Lippen. Okay, dann von ganz vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Wand, die Pflicht links dran vor Skaff. Deskops zum Cross. Versus Drehung des Skaff. Side, Behind, Side, Up, Viertel, Side, Behind, Side, Staff. Okay, jetzt sind wir schon bei den letzten 8. Nach dem Skaff. Jetzt weiter mit links. Step Skaff. Rechts Step Skaff. Step mit links vor. Halbete Drehung rechts. Linken Fuß vor Step. Und mit rechts Stop. Okay, nach dem Skaff. 7, 8 Step Skaff Step Skaff Step. Halbete Drehung. Mit den gesamten Storm ab. Also nicht gelassen den rechten Fuß. Weil hier wird man weiter mit dem Drehung dran. Team Freak mit links. Okay, nochmal. Martin, Side, Behind. Side, Behind, Side. Skaff mit links. Jetzt geht weiter. 7, 8 Step Skaff Step Skaff Step Skaff Step. Halbete Drehung. Stop. Noch mal. Ein bisschen zählen. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts und ab. Nicht zu gehen. Dann machen wir nochmal vorne. 7, 8. Hine ran. Hine fliegt. Links ran. Vor Skaff Step Skaff. Boxen. Cross. Drehung. Steps. Kaff. Seid bereit. Seid zu viertel. Seid bereit. Seid. Staf Steps. Staf Steps. Staf Steps. Turn Steps. Okay. Das war's schon mit dem Kanz. Nicht ganz so schwer. Keine Brücken. Keine Restart. Sehr schön zu tanzen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben oder Nachlemmen. Buche ich sehr gut für euch. Du bist beherst innert. Das war's schon mit dem Kanzler. Der Buche.